Hallo zusammen, bei der großen Auswahl unserer Sensuna-Blisee-Stoffe bietet sich eine Vielzahl von Dekorationsmöglichkeiten. Es eignet sich ganz besonders bei Duo-Blisees oder in Räumen mit vielen Fenstern. Das Motto heute, Blütenzeit. Was gibt es Schöneres, als mit einem Blick aus dem Fenster blühende Bäume und Sträucher zu sehen? Mit unseren folgenden Deseekombinationen können Sie dies das ganze Jahr über genießen. Ergänzend dazu als Rundokontrast oder als Duo-Blisee eignet sich dieser Stoff. Er gleicht sich in Farbe und Struktur mit dem blütenbedruckten Stoff. Jetzt müsst ihr euch nur noch entscheiden, welche Farbe ihr am Fenster sehen möchtet. Dieser Stoff zeigt eine rosa-rote Blüte, die uns sofort an eine japanische Kirschblüte erinnert. Auch die Zeichnung der Zweige und der Blüten passen durchaus in einen japanisch eingerichteten Raum. Dieser Stoff erinnert uns an den Frühlingsboden Fosytia. Die gelben Blüten sind in unseren Gefühlen ein sicheres Zeichen, dass der Winter, auch wenn er hart und kalt war, bald ein Ende hat. Ein schönes Symbol für den Blick aus dem Fenster. Nicht wahr? Wer es lieber edel und grafisch mag, für den ist dies vielleicht das Richtige. Das Motiv ist auch hier verspielt. Dennoch wirkt es durch die schwarz-weiße Farbgebung nicht zu blumig und passt damit perfekt auch in geradlinig eingerichtete Räume. Übrigens sind alle vier Stoffe halbtransparent. Das heißt, dass auch bei geschlossenen Blisees genügend Licht hineinkommt. Im Umkehrschluss heißt das aber auch, dass am Abend der Sichtschutz minimiert ist. Deshalb empfehlen wir, wenn ihr keinen zusätzlichen Vorhang benutzt, die Blisees in Wohnräumen aufzuhängen, wo nicht zwingend ein Sichtschutz erforderlich ist. Auch bei den Schienen habt ihr natürlich eine Farbauswahl zwischen Bronze, Silber, Schwarz und Weiß. Viel Spaß beim Dekorieren und bis bald!